Ihr Lieben, heute gibt es keinen Reim, weil ich vergessen habe auf Aufnahmestarten zu klicken. Ihr habt nichts gemacht, außer zwei weitere Raketen in den Himmel geschossen zu haben, quasi. Also für mehr Sauerstoff, wir machen jetzt über 10 Millionen, über 10,6 Millionen produzieren wir hier beim Sauerstoff, damit es ein bisschen flotter vorangeht. Sonst habe ich noch nichts gemacht, wollte mich gerade auf den Weg machen zum Fundort vom Schlüssel der Wächter. Den werden wir jetzt aufsuchen, um zu gucken, ob wir dort vielleicht etwas übersehen haben. Also ihr habt quasi nichts verpasst. Nichts verpasst, außer zwei in den wälderen beschossener Raketen. Also nicht schlimm. Ich glaube, ich bin gerade etwas umständlich hier auf dem Weg dorthin, aber egal. Im Endeffekt ist es ja hier. Ah, sehr gut. Die Weltraumakete ist zurück. Das heißt, wir können dann die Fischeier einsetzen ins Aquarium. Das passt uns auch. Sehr gut. Ach, alu, alu nehmen wir dankend mit. Davor haben wir immer grundlegend und chronisch zu wenig. Dafür ist jetzt einiges da. Das finde ich gut. So. So, dann schauen wir uns das nochmal an in Ruhe. Ob wir hier vielleicht etwas ganz Wichtiges übersehen haben. Oder ich in dem Fall. es ist mir nämlich suspekt, dass es nach wie vor angezeigt wird. Schönen Aussehen tut sie allemal. Was ich halt auch noch nicht gemacht habe, ich habe die Gewässer hier noch nicht untersucht. Ob hier vielleicht auch irgendwo unterirdisches Dingensbumens zu finden ist vielleicht. Ist ja gar nicht so weit hergeholten. Machen wir dann nachher. Vielleicht gerade hier rundherum. Wäre vielleicht die Chance auch ganz groß. Schauen wir mal. Sieht aber nicht so aus. No. Hier nicht. So. Öffnen Wertealtar. Schlüssel der Wächter. Dieses seltsame Gerät scheint verwendet zu werden, um einen Mechanismus zu öffnen. Ja, aber der lag da. Der war doch da drauf. Ach, guck einer an. Da stehen Koordinaten drauf. Da stehen Koordinaten drauf. Minus 464. Minus 40 und 97. Lieber G, wie konntest du das nicht sehen? Wie groß sollen die denn sein? Wie groß sollen sie denn sein? Nehme mal an, dass diese Koordinaten mir... Wahrscheinlich sagen werden. Oder vielleicht einen Ort verraten, wo ich hin muss. Das ist noch nicht einmal weit weg hier tatsächlich. Das ist hier nur... Aber hier, das muss draußen sein. Das muss draußen sein auf jeden Fall. Also nicht hier in der Höhle. Naja, wobei... Hä? Ähm... Ähm... Äh... Äh... Ich bin beim Wasserfall. Ich bin beim Wasserfall. Ach interessant. Ob das wohl so im Sinne des Erfinders ist? Ich weiß es nicht. Ich bin aber viel zu hoch, weil... 505, das ist die Höhe wohl. Oder ne? Das in der Mitte war die Höhe, gell? Ja. Aber auch da sagt es mir, ich muss viel weiter runter. Die 471 wären eigentlich okay. Und die 97, da bin ich aber völlig daneben. Was ist denn das für eine Richtung gewesen? War das... War das Westen, Osten? Ja. Die müsste viel... Viel weiter östlich. Ah, das ist aber die Höhle. Ich sag's euch. So, wie ging denn das jetzt? Wie komme ich denn da... Hä? Äh... Oh no! Oh man! Wie komme ich denn jetzt wieder in die Höhle rein? Ich bin doch da durch die... Ich bin doch da durch die Decke klitscht. Ich sag's euch. Das war doch definitiv nicht so gedacht. Scheiße. Ja nun. Okay. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen würde ich jetzt mal behaupten. Nicht ganz im Sinne des Erfinders aber bitte. Dann lass uns noch einmal reingehen. Ich bin mir echt nicht sicher. Von der Höhe her muss ich auf jeden Fall weiter unten sein. Ich bin jetzt vorbei. Mushroom River. Ach guck einer an. Ich wäre schon wieder vorbeigelaufen. Weil hier geht's... runter. Das ist ja schon mal gut. Ich müsste auf jeden Fall Richtung Osten. Wobei da bin ich schon. Ich müsste Richtung Westen. Ne. Ne, ne. Passt. Der Osten stimmt schon noch. Es wäre hier nämlich... Minus 34. Die Höhe würde eigentlich auch passen. Ja und nun? Und Süden? Aber hier ist halt nix. 400... 464. Ach schau einer an. Da ist es doch. So und jetzt? Nein. Ist jetzt nicht wahr oder? Boah jetzt habe ich mich fast festgepackt hier. Was ist denn jetzt? Ich habe gerade ein kleines Problem. Boah ich bin irgendwo reinpackt. So. Puh. Wir haben es gefunden. Öffnen Wärtertal. Hier ist er. Äh Alter. Auf geht's. Jetzt tut sie was. Hier geht der Tor auf. Geil. Geil. Okay. Ich habe ja zufällig Silizium. Ähm. Wärter. Alter. Ich markiere mit dem mal zur Sicherheit. Was ist, wenn ich den Schlüssel wieder rausnehme? Kann ich gar nicht mehr mehr. Gut. Hätte ich mir die Markierung wahrscheinlich aussparen können. Oha. Oha. Okay. Es wird spannend. Ja krasser Scheiß. Uff. Okay. Nach all den Jahren, all dem Leid haben wir uns entschieden unsere Heimat zu verlassen. Gehen sie so weit weg wie möglich, um ein neues Zuhause zu bauen. Weit weg vom Terror. Weit weg vom Streit. Weit weg von ihnen. Verborgen zu bleiben und unser Leben so zu leben, wie wir es seit Jahrhunderten getan haben. Wir suchten sorgfältig einen Ort aus, an dem wir sicher sein konnten, versammelten die Letzten unserer Art in unserem größten Schiff und brachen in einer schicksalshaften Nacht auf. Sie flüchten mehr von ihrer nie endenden Unersättlichkeit als vor sich selbst. Ein Aufseher. Ja unbekannt. Ich will jetzt sagen, dass es hier ein ganz schönes Kudelmuddel ist. Dann haben wir noch eins. Zuerst waren wir von der Ähnlichkeit verblüfft. Wir waren fast genau gleich. Unsere Wissenschaftler sagten uns, dass dies daran lag, dass unsere Himmelskörper in jeder Hinsicht identisch waren, sodass unsere Evolution, obwohl sie identisch war, in jeder Hinsicht ähnlich war. Das war, als würde man einen Cousin treffen, von dem man nie wusste, dass man ihn hat. Brüder nannten sie uns sogar, als sie anfingen auf Trehaar zu landen. Ein paar Raumschiffe, die zu Dutzenden wurden und langsam wuchsen unsere Sorgen. Unsere Hauptunterschiede waren tief im Inneren verborgen. Biologisch waren wir identisch, aber unser Geist war unterschiedlich geformt. Aus Schicksal oder von Natur aus. Tatsache ist, als wir es merkten, war es bereits zu spät. Okay. Okay. Okay, das klingt spannend. So, hier geht es auch wieder in verschiedene Räumlichkeiten. Ach du Scheiße. Noch mehr Koordinaten. Ach du Scheiße. Noch mehr Koordinaten. 168. 1744. Warum machen wir nicht eigentlich einfach ein Foto davon? Nehmen wir mit. Im Prinzip das gleiche, als wir schon hatten. Auch wieder so ein Schlüssel. Auch wieder ein Rätsel, wenn man so möchte. Okay. Dann schauen wir noch in den anderen rein. In den anderen Gang. Wo der hinführt. Oh. Wow. Okay. Hier steht ein Riesenschiff oder Raumstation oder whatever. Keine Ahnung. Aber wie komme ich da hin? Was passiert, wenn ich springe? Bin ich dann tot? Und wenn ich tot bin, ist dann mein Inventar weg? Natürlich ist es weg. Oh Mann. Ich würde jetzt echt gerne wissen. Ich kann halt auch mein Jetpack hier nicht verwenden. Es hilft mir nichts, wenn ich darunter keinen Boden habe. Aber kann ich hier was hinbauen? Nein, weil ich kein Eisen habe. Oh Gott. Warum habe ich denn kein Eisen? Ich würde das jetzt echt gerne ausprobieren, ob ich hier was bauen kann. Damit man da rüber kommt. Ja, das ist ja spannend, hey. Ah. Noch ein Mikrobauchip. Sehr gut. Und Eisen. So. Ich weiß zwar nicht, ob ich den jetzt auslesen kann. Da war ja irgendwie was. Irgendwie habe ich ja schon lange keiner mehr auslesen können. Ich hätte die wilde Gewässer hier nicht ganz ununtersucht lassen. Das ist ja einfach nirgendwo Eisen. Echt jetzt? Ist das euer Ernst? Das ist ganz schön frech. Egal. Ich habe eins mit zum probieren. Langt's ja. Geht doch, sind wir nur ein zweites gehabt. Egal. Na bitte. Geht doch. Es geht doch. So. Ich würde mich echt gerne wissen, ob man da rüber kommt. Und wenn ja, ob dort was ist, ob man da hinkommen soll. Oder ob das jetzt einfach nur schon wieder Hirngespitzt meinerseits ist. Gelb. Ist das gelb oder rot? Das ist rot. Okay. Also gut. Ich kann hier leider nichts bauen. Das heißt, hier soll es wohl nicht weitergehen. Schade. Sehr, sehr schade. Dann lassen wir das einst weilen. Das heißt, der nächste Weg ist zu diesen Koordinaten, die wir bei diesem nächsten Schlüssel gefunden haben. Ist an unser nächster Anhaltspunkt. Krass. Einfach krass. Ich lass ihn jetzt mal so wie er ist. Ich lass ihn jetzt mal so wie er ist. immer wieder nur verbirgt. Schön. Noch eine. Ah, okay. Okay. Ich frag mir immer nur, immer nur wo diese Höhle war, wo die Eisdecke war. Ich war irgendwo mal in der Höhle, da gab es eine Eisdecke, durch die ich noch nicht durchgekommen bin. Die habe ich seitdem nie wieder gefunden. Diese Koordinaten wohl sind 944, aber es ist in die Richtung, wir gehen jetzt Richtung Westen. Das ist die Richtung, wo ich wohl hin musste. Nordosten oder Richtung Osten auf jeden Fall. Das ist da lang. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Das wird jetzt die große Suche nach dem neuen Altar, wo wir das einsetzen können. Habe ich keine Ahnung, wo der sein könnte. Ja. Perfekt. So, diesen ganzen Überschuss an Materialien packen wir einfach da hinten rein. Alu. Da haben wir einen Platz. Das war mehr als wie genug tatsächlich. Haben wir nicht so viel davon. Ja, Sauerstoff. Ah, die Platine haben wir nicht erforscht. Schauen wir mal, ob ich sie erforschen können. Nein. Nein, da sind wir durch. Das Ding mit den Platinen, da sind wir einfach durch, wenn ich mir das so ansehe. Das kann natürlich einfach Pech sein, dass das lauter Doppelte schon sind. Aber ich glaube, das haben wir quasi durchgespielt, wenn man so möchte. Wo ist denn jetzt das Zeug hier? Ah ja. Ah, sehr schön. Da kommt wieder Pulsar vom Himmel, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, bei den Pflanzen sind wir halt auch schon wieder versorgen. Ah nein, da ist ein Platz. Ja. Gut. Zeolit. Den Uranstab können wir noch da hinten reinpacken. Perfekt. Dann können wir uns... Ui. Vielleicht ein bisschen mutig, um hier rumzulaufen. So, die Eier. Aber ich will sie. Ich will sie. So. Rumpelst, das ist ein Wahnsinn. Lassen wir es einmal vorbeirumpeln, damit ich da draußen safe bin. Gut. Dann können wir nämlich jetzt gleich die Eier da reinpacken. Ins Aquarium. Zack. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Und haben natürlich jetzt hier 500% Tiermultiplikator. Passt perfekt. Jetzt auch da wird sich ein bisschen schneller jetzt was bewegen, denke ich. Da bewegt sich was. Klar, wir hatten ja noch keine Tiere. Jetzt geht es hier natürlich auch mit der Tiermasse natürlich vorwärts. Das passt. Das ist sowieso noch gar nicht am Schirm. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und im Endeffekt dann die nächste Challenge ist dann einfach... Ich bin jetzt schon wieder hier vom Himmel. Ist dann jetzt ganz einfach... diesen Altar zu finden, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke, das wird auch unsere nächste richtige große Aufgabe sein. Wir nehmen sehr viel Boden mit zur Versorgung auch. Wir werden das aber erst in der nächsten Folge, denke ich, angehen. bis dahin, weiß ich nicht. Schauen wir uns nur ein bisschen um, was es so an Neuigkeiten gibt. Und... Oder... Gut. Bevor wir dann... Huch! Geht schon wieder rund. Eieieiei. Ja, sag du mir! Eieiei, Ligabinbarn! Anderswild. Anderswild, was hier abgeht. Gibt mir auf jeden Fall noch Platz für nochmal so was, aber... Ja, einmal langt. Die Tierpräparate... Wer denn... Die Tierpopulation steigt. Ach, ich bin echt gut wurscht. Kommt denn jetzt schon wieder vom Himmel? Ein Normalpulser, glaube ich. Wenn ich Glück habe. Wollen wir recht sein, nehmen natürlich Gedanken dann. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Genau, die Tiere inzwischen schon bei 2,6 Kilo. Und hier schaltet man nämlich dann auch bei 50 Kilo schon das erste Mal Fisch. Schulani ja ja auch frei. Und so weiter und so fort. Das heißt, da können wir dann auch ein bisschen gucken, dass wir da was weiter bringen. Die könnten natürlich auch mehr so Bauernwürfe im Freien aufstellen. Auch das wäre natürlich eine Option, um auch die Insektenpopulation weiter fortschreiten zu lassen. Da ist es mir nur ein bisschen quasi mehr. Haben wir da noch den Bienenstock T2, Schmetterlingsfarm T2, leider noch überhaupt schon Schmetterlingsfarm. Glaub ich ja damals. Glaub ich ja immer. Dann die Froschtragung. Ja, okay, okay, okay. Na, es wird nicht langweilig. Also, man kann halt nichts lesen hier. Unfassbar. Genau. Aber wir kommen unseren gesetzten Zielen wieder ein Stück näher. Auf die Amphibien bin ich schon gespannt. Was mich halt überrascht ist, dass wir von den Fischen halt auch nichts sehen. Wir haben ja theoretisch, okay, das war definitiv kein Pulsar, sondern das ist Osmu. Ja, soll man recht sein. Aber im Endeffekt gibt es halt hier weit und breit keinen einzigen Fisch. Ich habe mir erwartet, dass hier auch Fische schwimmen werden. Vielleicht bin ich aber auch auf dem falschen Gewässer, was weiß ich nicht. Kann natürlich auch durchaus sein. Ich bin überrascht. Ich hätte schon erwartet, dass wir hier, wenn wir mit dem Fischstadium durch sind. Ah, da haben wir gerade vorher noch von der Schmetterlingsfarm gesprochen. Da ist sie. Kann natürlich sein. Was? Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall hätte ich mir durchaus erwartet, dass hier Fische schwimmen würden. Aber nicht schlimm. Also gut, das ist auf jeden Fall Osmium getroppt. Das kann ich aber im Moment nicht brauchen, weil das ist eh, glaube ich, voll soweit. Scheint es auch gewesen sein. Pulsar scheint hier nicht dabei gewesen zu sein. Schade eigentlich. So. Schauen wir uns das an. Die Schmetterlingsfarm. Was brauchen wir dafür? Wo ist sie überhaupt? Hier ist sie. Stufe 2 Dünger, Zeolit, Biokunststoffpumpen. Das bringen wir hin. Das bringen wir hin. Wir brauchen nur den Stufe 2 Dünger. Dafür brauchen wir einmal Hufe 1 Dünger. Also Dünger, Algen. Algen einmal einstecken. Kürbis und zweimal Methan. So. Dünger. Methan. Warum wird das Methan eigentlich nicht voll? Da hat es ja auch irgendwas. Da stimmt da auch irgendwas nicht. Meiner Meinung nach. Achso. Wahrscheinlich, weil der Dreck mit irgendwas anderem voll ist. Ähm. Da werden wir mal schnell schauen. Wie viel? Schön. Schauen wir mal, was hier die Produktion verstopft. Stickstoff, weil voll. Naja. Gut. Macht natürlich Sinn. Darum geht natürlich auch beim Methan nichts mehr weiter. Soweit habe ich natürlich nicht gedacht. Aber erklärt es natürlich. So. Was fehlt mir denn jetzt? Eine Methankartusche im Ernst jetzt? Habe ich nur eine rausgenommen? Wirklich? Sag einmal, sag einmal G. Wo bist du nur mit deinem Kopf? So. Stufe 2 Dünger. Einmal Zeoliter. Einmal Biokunststoffkumpen. Wo haben wir denn die Kunststoffkumpen? Hier. So. Eigentlich sind wir voll. Soviel steht best. Methan. Jetzt sind wir halt auch voll. Geht aber auch hier rein. Ich werde nie wieder irgendwo was finden. Wenn ich so weitermache. Wird mein Kreuz und Quer irgendwas irgendwo hinpacken. Ach. Was hat aufgestern ist? Ziolit. Meine Güte. Ja, lass es Hirn regnen. Schmetter links. Arm. Die kann ich da heringern nicht hinpacken. Die geht gerade raus. Ah ja. Okay. Gut. Machen wir hier hin. Da gehört dann wohl rein. Eine Schmetterlingslarve würde ich jetzt mal behaupten. Haben wir ja noch. Eine übrig. Säule, 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 Larve. Hier ist die Schmetterlingspängerlarve. Was bringt denn das Ding überhaupt? 75 Insekten pro Sekunde und dann haben wir den Multiplikator noch dazu. Perfekt. Und schon fliegen sie hier. Ach ist das schön. Ach ist das schön. Ach ist das schön. Ich finde es auf jeden Fall perfekt. gerade bei den Insekten müssen wir eh schauen, dass wir da ein bisschen was machen. noch. Acht pro Sekunde. Die Schmetterlingsfarben bringt halt doch um einiges mehr. Na ja. Schauen wir uns dann einmal gut an. 75 Prozent pro Sekunde ist halt schon um einiges auf jeden Fall. Mehr ist wie das was wir bisher haben. Wenn wir da ein paar aufstellen würden. Müssen wir halt ein paar solche Dünger machen. Das wäre ja nicht schlimm. Ich sage jetzt einmal. Bio-Kunststoff-Punkten können wir glaube ich auch herstellen. Ja. Das ist auch kein Problem. Okay. Okay. Das bringen wir hin. Dann werden wir uns darum kümmern. Ich würde sagen in der nächsten Folge dann. Dann schauen wir mal, ob es Zeit ergibt. Wir müssen ja auch die Koordinaten noch suchen. Für den neuen Schlüssel der Wächter, den wir hier haben. Denn auch der wird uns wieder irgendwo hinbringen, wo sie von den Chip sparen. Wir schauen uns das an. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dahin macht's es gut. Tschüssi und tschau tschau. Tschüssi und tschau. Tschüssi und tschau. Tschüssi und tschau. groundingfik spoon 보�an. Möning und 음악 Director. Auch im Hintergrund krieg!" '.